Ich habe keinen Plan, wo wir jetzt hin müssen. Doch, ich schon. Ich glaube, das ist eine dumme Idee. Und die wäre? Wir müssen den Stadler umbringen. Wo springe ich nicht einfach da oben hin? Also. Hi. Heere. Hui. Hey, das ist ein Vogelnest. Was? Nix. Hui. Hey, das ist ein Vogelnest. Ja, du hast es nicht gesehen. Wart, wart. Ich habe es, ich habe es, ich habe es. Schon wieder ein Vogelnest. Hui. Scheiße. Du bist nicht umgesprungen. Ist das drüben? Keine Ahnung. Scheiße. Halt mal fest. Ich habe es gehofft, dass du es noch helfen kannst. Ja, ist es nicht mehr ausgegangen. Gut, dann muss es mir jetzt wieder so oben schieben und ich hebe es dann hier drüben hoch. Ja, warte mal in meinen Ohren. Okay. Nein. Scheiße. So knapp. Mhm. Nein, nicht den Stohobe Schirm. Was machst du? Ja, das Brille hier riechten. Ja, aber nicht den Stohobe Schirm. Ja, was ist das da eigentlich? Guck mal leicht umgehupften, aber das war es dann auch schon. Oh Scheiße. Hey Vogelnest. Hast du da vorher rumgekopfd? Einfach rumgekopfd oder was? Ja. Hätt das. Du musst rumgekopfd. Ich komme da nicht rum. Okay. Möö. So, jetzt kommst du rum. Ich hab's. Das ist drüben entgegennehmen. Ich bin mit mir. Ich bin mit mir. Ich bin mit mir. Lass mich nicht mehr aufhören. Ich wollte nix sagen. Okay. Schau mal. Nein. Alter, kannst du irgendwas? Du brauchst ja nur Schirm. So, das hebt keine. Nicht hochheben, sonst fallst. Was ist das? Warte, 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 warte. So, und jetzt ein bisschen nach da lang. Nehmen wir den Stoff vorbei, bitte. Ja, warte, lass. Nicht bedingt, nicht bedingt. Ich hab's jetzt mal so eingeschoben, das Holz von selber. Ja, jetzt bist du bei der Mauer. Oh, ich wüsste. Ja, auf dem grünen Rasen. Okay, passt schon. Ja, passt. Und jetzt? Ich geh mich mit dem Stau da oben. Ja, aber was willst du mit dem Stau? Um das geht's mir die ganze Zeit. Was willst du mit dem Stau da? Ja, das zeig ich dir. Was ist, wenn ich eigentlich das da... Warte mal. Ich nehm jetzt... Tödel! Und springe daneben. Genau so wollte ich das machen jetzt. Autsch! Hey! Alter! 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 Okay! Was machst du? Bist du jetzt beim ersten Mal echt aufgekommen und wieder runtergefallen? Ich bin auf den Stau geflogen und der hat mich wieder wegkatapultiert. Okay! Was... Was willst du jetzt sagen? Ja! Ja, auf zum Lachen! Mach einfach! Jetzt da hoch! Und den Stau da drunter! Jawoll! Ich schiebe den Stein drunter. Ich glaube, du musst es nur eins weiter vorne hochheben. Okay! Ich hebe ihn hoch. Au! Lass ihn los! Ja, jetzt hast du es nicht festgehalten. Ich hab lachen müssen! Lass ihn los! Zeit fest! Autsch! Wir warten auf den nächsten Stau! Okay! Kommt! Drei! Zwei! Eins! Jetzt! Gut! Jetzt die andere Seite! Warte, warte, warte! Ist der sich gescheit runter, oder? Das reicht! Das reicht! Okay! Nicht, dass das dann da irgendwann mal rausgekugelt. Jetzt ist es vorbei, glaube ich! Jetzt fliegt er! Gut! Okay, passt! Was? Ja, warte, ich muss den Stecken hin! Ah! Ja! Warte, 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 warte! Ich glaube wir müssen auf den Stau drauf springen, meinst du? Ja! Oh! Okay! Hi! Komm, was nächster? Oh! Stein! Hallo Stein! Hallo Stein! Hallo! Komm! Jawohl! Komm! 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 Ich hänge unter der Erde! Komm! Dann musst du wieder weg! Dann wirst du nicht hochkommen, glaube ich! Alter! Jetzt muss ich da alles umspringen, oder? Ja! Yes, yes, Maria! Best Try geschafft! So macht man das! Ich hab von dir nur... ...geheert! Alter! Pfff! Jetzt komm! Fuchs, reiß dich zusammen! Da kommt's! Ja, ist mir wurscht! Ich bin nicht da! Hehehe! Dann kommt's! Rollt's! Ja, da will ich nicht mehr! Ja! Aber der hat mich voll wegkatapultiert! Ja, du musst halt genau so springen, dass du dann gleich weiterspringen kommst! Ja, nicht ohne Storspringer! Ja! Nein! Hätt's so zu ausschaut, als hätt's das jetzt vorgehabt! Du 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 Na du 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 fait dein Na, ich probier's noch einmal! Ich probier's noch einmal da und das Speichern! Kann ich die nächste Speicherzone suchen, das wollt ich nämlich sagen! Ich glaub' der ist gleich noch in Dunwo, deswegen.. Feuern neuer Tes reck! Kommt er schon? Ja! jetzt und fällt hinten raus aber dann axel der passt wieder der kommt nämlich genau jetzt dann gleich jetzt hier wieder springt er bei mir nicht das recht gehabt ja und jetzt habe ich dumme ideen wahrscheinlich ich packe von hinten geht das schieben wir einfach quer durch und das ist genau so geht und die nehmen auf der anderen seiten und dann sind wir zu zweit aber ich glaube recht viel mehr geht nicht mehr ja ich müsse den einmal haben ja ich hab den jetzt komplett quer drin schieben einfach zu mir und wir schieben ihn zu zweit noch dann schieben ach so jetzt weiß ich was meinst du machst doch nicht quer ja genau ja ich glaube weiter geht es nicht mehr doch da sind wir dran ja perfekt reicht der kleine oder brauchen wir den großen auch ich glaube wir brauchen den großen auch ja ich glaube du kommst so nicht auf ja ich glaube du kommst so nicht auf genau so hier stand und den naja also meinst du das so schon reicht naja ich hätte in der länge noch hier gestellt und den kleinen ok reicht das so jo reicht so so ja super was denn immer wieder verkeilen sie die hände immer beim springen oder ja so wo kommst du auf ja ja ich glaube ja 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 und jetzt du hast du wie es geht okay schau mal oben okay ich höre sie die zu wenig bewegt scheiße warum machen wir nicht einfach hier mal hinter den steuer sonst dass das so geht Und du holst das Bräder jetzt zu drüben. Perfekt. Au. Jenes Brett müssen jetzt mal Bohnen legen wieder. Okay. Pfeffer. Au. Au. Wo hättest du er? Sto er? Sto er? Verwecks. Genau. Stell ihn mal wieder her. Und ich stell ihn jetzt drauf und jetzt kann er auch noch umgespringen. Kannst du das einfach so funktionieren? Wird sie ausgehen. Dankeschön. Boom. Sass. Sass. So wie funktioniert der Scheiß hier? Oh scheiße. Hol die Flasche. Juhu. Jetzt bin ich ruhig gefallen. Okay. Wo müssen wir hin? Ich glaube schon da weiter. Ich probiere es jetzt mal so. Und dann? Schaffst du den Sprung bei dir? Ja. Dann kommen wir zu dir. Ich glaube nicht, dass wir auf die Hammer müssen. Ich glaube nicht, dass wir zwischen die Hammer eingespringen müssen oder was? Nein, ich glaube. Okay. Dann zieht die hoch drauf. Ja, warte mal. Da kommt der Hammer. Da muss ich aufpassen. Nein. Zu kurz. Verdammt. Wow. Nein, okay. Doch nicht zu kurz. Das war genauso beabsichtigt. Genauso habe ich das vorgehabt. Au. Hin und wieder bin ich schon ein kluger Mensch. Das muss ich schon zugeben. Ja, du bist klug. Ja, hallo. Wir hätten das sonst überwissen, dass man da so irgendwie kommt. Ich hätte das über die Hammer gemacht. Dann wäre es wenigstens actionhaltig gewesen. Das sagen sie doch alle. Ja, v.a. bei deiner Seite hast du genau die gleiche Sprungweite wie bei meiner. Aber, wie kannst du da oben gehen? Ja, da gibt es ja eine gute. So, und jetzt kann ich nicht drüber rupfen, oder? Nein, wo ist denn raus? Geronimo, wuii! Oh, boi, da naa. Ernsthaft? Scheiße. Schick dem. Jetzt liegt dein Scheißteil so schräg, jetzt komme ich da nicht drüber. Ja, du musst ja nicht... Hä? Wie kommst du denn drüber, wie meinst du? Ja, ich rutsche hinten runter. Okay, sollst du zum Säufen bald? Warte, lass mich noch probieren. Okay. Das wird dir nicht gefallen, wo ich jetzt bin. Ich hab's gesagt. Alles klar. Dann mache ich jetzt das, was sicher keinen Spaß machen wird. So, zuerst der Dio Springer und dann gehe ich da um. Okay. Wo ist denn der Saving Point hier? Keine Ahnung. Ah, ich muss genau, wenn der zurück schwingt, muss ich auf. Okay. Du wolltest mich doch verarschen, oder? Ich hab da eine dumme Idee. Jawoll! Ausgezeichnet hat funktioniert. Wo willst du? Ich bin wieder zurückgeportet worden. Warum? Ja, weil ich runtergefallen bin. Okay, hab ich schon einen Saving Point ausgelöst, oder? Nee. Also noch immer nicht. Okay. Wo ist's? Wo ist's jetzt hin? Hi. Hi. Hab ich auch einen ausgelöst? Nee, ich bin anders hergekommen. Komm士? Ab ichñas hier, vielleicht近ieren. Yep. My す Libyen.